Hast du gesoffen, Alter? Ähm, was willst du auch spielen, Babybanyo? Hey, du bist das Gurken, weil wir vier sind. Easy. Hast du gesoffen, es suche man noch nicht nach beliebigen Spiel, Digga? Hey, wieso such ich denn? Obwohl, ne, Benne, spiel mal Doku, spiel mal Count Doku. Habe ich einen Scan von dahin bestimmt. Ja, natürlich. Du hast einen Schlafanzug für den. Ja, perfekt. Pyjama. Oh, ich tue hier einfach durch das fucking... durch das Cape von Raider. Drei, Christoph? Drei, drei, ja, ich seh's, oh Mann, und Solo auch. Oh, Lea! Ist ja dumm, sehr gut. Meine Fresse. Lea, du bist gut gegen mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Mach's weg, Banyo, los! Ich bin der E! Ich bin der E! Digga, die rollen einfach immer und dann killt man keinen. Dann sterbe ich. Die rollen einfach immer. Oh, warte mal. Jungs, Werb leaked. Jung, ich werd einfach, pfff. Hey, ich bin eben 2m1. Sim, Ferne. 2m2. Ach Digga, was soll ich machen? Kachin. Jaa, Banyo. Oh. Drei Leute hier. Schöööööön. Das ist in den einen komischer Weise gemacht. Wir haben die schon zu Tälbchen. Ja komm, hier sind Werb, Nice. Digga, ich mach endlich mal irgendwas. Junge, er tut mich ja mal... Digga, er dreht irgendwas von Samen. Nice. Ja, ich hab mir gedacht, ich packe meinen Kühlschrank aus. Wie willst du fünfter auf den draufschnetzeln, alter? Ich bin explodiert! Nein! Sehr schön! Nein, jawoll! So, ich hol den her, ich hol den her. Weg mit dem! Auf ihn, auf ihn! The fuck, alter! Digga, da ist er weggeflogen, aber übelst. Ja, der Buki ist weggeflogen. Ja, warum kommt der auf einmal hin? Mich jagt ein wildes Tier, alter. Mich jagt ein wildes Tier. Oh ja, fuck, alter. Ey, der Buki hat mir in die Fresse geboxt. Lockdown! Nice. Sehr schön, sehr schön. Schön. Ich bin da, im Pyjama. Oh nein, der glänzt. Da, ja, Klenker ist Luke. Ja mein, ich glaub... Ich seh ihn nicht mehr mehr. Alter, Gangbang! First! Ja, klar. Wie war's, du? Ähm... Hä? Hä? Digga, er gibt sich einfach. Hä? Digga, ich... Das ist voll das Labyrinth hier drin, alter. Okay, Hilfe! Boah! Einfach draufhauen, einfach draufhauen. Die geben sich alle, ich möchte die töten. Äh, Digga, der ist da! Da ist jemand. Ah, ich hab ihn gefunden! Da ist er! Mach ihn weg, mach ihn weg! Oh mein Gott! Oh, oh, oh! Ey, Ray! Hm! Komm mal raus, komm, Digga! Ich muss mir wirklich mal runterheben. Digga, er hat meinen Blitz gedodged mit seiner Rolle. Das macht nicht mal mehr Sinn. Wenn ich im Realife eine Rolle mache, alter, dann wäre ich auch nicht vom Blitz nicht getroffen. Ähm... Ja. Nein. Da ist nämlich drei Dodges mit dem Doku. Ja. Das ist mehr als... Oh, das ist runtergefahren. Geil! Das ist gesehen, ich hab ihn da reich gezogen. Ach, Digga! Der ist gegen die Wand gefallen. Nein, ich bin... Oh! Ich bin um die Waren hinterhergesprungen. Nein, nein! Angriff! Ja! Haut den kleinen Gnom zusammen! Ja! Das ist ein Ausbau. Ich kann Ausbau. Schlageschmerzen. Rein, rein, rein! Weg mit den! Ja! Der hat den angezeigt wieder! Der hat echt Dingerhaut, Digga! Geil! Ja, Banyu! Wo sind die denn da? Ach, scheiße! Ja! Mach den weg! Ja! Clean! Jungs, da bin ich! Auf dem Scoreboard! Jawoll! Vierter! Okay, okay. Dickes Problem. Dickes Problem. Ja. Geil! Jetzt laufen die halt die ganze Zeit so viel drum. Ach Gott! Feuer! Ey! Das war schon wieder Dance-Moves! Nein! Einer ist tot! Ich bin runter! Ich bin lebt noch! Ich bin lebt noch! Ich bin lebt noch! Ich bin lebt noch! Ah Gott! Oh Gott! What the fuck, Alter! Ich bin lebt noch weiter! Ich bin lebt noch! er blockt einfach alles geknecht wir haben noch ein ist doch nicht also da sieht man schon wenn drei von uns und nur zwei von denen auf dem feld sind dann ist es doch eindeutig wer besser war der post geschlechtige das ist der bober irgendwelche als man nur dann rennt er weg kann der sterben übrigens das ist so ehrenlos was sie gerade passiert ist der hat mich gerade 15 meter out of schlacht geworfen hat mich schon wieder aus der schlacht geworfen aber er will das nirgert ja weg mit ihr du arsch höll seine granate fliegt in der luft was das denn er fliegt wieder über den lampen alter fliegt er denn hin weg mit dem ja bei mir kommen sie im tor bei mir auch ich bin weg geflogen wie ist wasser das denn es wird da hergejumpft und ihr weg ja mein weg mein weg mein weg dass sie nicht in meinen nades drin stehen sollen easy das ist er digger die real bannier 5 da ich glaube der andere ist auch tot der ist auch runtergefallen jungs oh nicht mehr jungs ich brauch hilfe ey ich ich häng bitte ein bisschen ich häng ich häng fest hm bist du duk spring nein kann ich spring warte haben wir fest ihr mein damen ha 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 danke grizzor das ist doch doch würdest du wieso doku spiel dann spiel ich Ren ja ich bin ich nicht doku kein held ausgewählt cool wer bin ich jetzt ich wisst was man Mann! Ich dachte, ich hätte den fetten Knecht ausgewählt. Ich hatte den. Fass mal in dem Loch unten drin. Fass mal ins Gesicht. Ist gar nicht so gut. Obwohl, die könnten wir immer probieren, Banyo. Oh ja, doch, machen wir. Folgt einfach alle mir. Folgt mir. Hanno, stopp, stopp. Hier rein, hier rein, hier rein. Banyo, mach direkt den Spirit hier unten. Jetzt? Das macht sie da! Ach so. Und jetzt, einmal warte, bis die Gegner kommen. Wenn die jetzt hier runterfallen, dann sind die komplett... Soudry, ich hab's mitgenommen, hast du gesehen. Soudry, ich hab's mitgenommen, hast du gesehen. Soudry, wir sind los! Guckst du dir an, Alter. Was? Was? Ja, wir haben alle gekillt! Was? Wie dumm war das denn? Und jetzt? Was? Ich muss was zu machen.